Hallo! Wo bin ich hier? Hier sieht es ja ganz anders aus als zu Hause. Willkommen im Lande Ost. Der Zauberer von Ost? Ja. Du bist ja lustig. Der Kleppner hat mein Herz vergessen. Die Zauber-Schule. Ich werde den Zauberer bitten, mich nach Hause zu bringen. Und ich bitte ihn um Verstand. Und ich, mein Herz. Vielleicht hat er ja dann auch noch eine Portion Mut für so ein ängstliches kleines Kätzchen wie den Wäldner Ost. Ja, Ost! Der großen Zauberer von Ost! Ihr werdet in den Fangschall vorgelassen. Ja! Ja! Ja, die Hände sind doch wieder an! Haben Sie einen Termin?